Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Zu diesem Omnibus auf dem Marktplatz nur so viel Stuttgart ist eine Stadt der Vielfalt Dazu gehören unterschiedliche Herkünfte Dazu gehören unterschiedliche Lebensstille und auch sexuelle Orientierung Wir, so wie wir hier stehen, fühlen uns durch Vielfalt nicht angegriffen, sondern ermutigt Es ist ein Punkt, auf den es drauf ankommt Mal ganz ehrlich, das Familien- und Sexualbild der 50er Jahre war ja auch nicht wirklich der Bringer Dass in der Schule heute sexuelle Vielfalt dargestellt und erklärt wird, ist positiv Wir leben in einer modernen und internationalen Großstadt Und ich möchte mir nicht von irgendwelchen Typen mit Hundekrawatten sagen lassen, was ich zu denken, zu fühlen und wie ich zu lieben habe Hau raus, hau raus! Hau raus, hau raus! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Und da heißt es, das Thema für alle, warum es jetzt aufs Bittes zu bauen, aufs Bittes ganz der Türke, Thema für alle, weil die Bereiche, die wir übernehmen, alles wieder soll. Es war ein Bittes zu gut geworden. Wir wollen... Der Bus ist weg! Dieser verdammte sogenannte Bus, der Meinungsfreiheit, der verdammten sogenannten D-U-P-A-B-S-Welt!